Willkommen zurück hier bei The Walking Dead. Es ist endlich soweit, Episode 4 ist draußen und das heißt, ihr werdet es natürlich wieder auf dem Kanal sehen. Ihr seht auch, ich spiele es erneut mit Maus und Tastatur, der Bug ist bei mir immer noch nicht behoben. Ja, ich weiß nicht genau, warum dieses Problem besteht, aber wir werden es das mal genauer angucken. Was ist das letzte Mal passiert? Oder ehrlich gesagt, fangen wir mal ganz von vorne an. In der ersten Episode haben wir Clementine gefunden und haben uns ein bisschen um das Mädchen gekümmert und haben dann nach und nach noch andere gefunden, unter anderem ihn hier, Kenny. So, in Episode 2 ging es dann darum, dass wir faktisch kein Essen mehr hatten und dafür gesorgt haben, dass wir Essen gekriegt haben. Dort sind wir dann auf Menschenfresser gestoßen, die irgendwelche Leute von uns verspeist haben. Total eklig. In Episode 3 ging es dann darum, dass wir unser Lager verlassen mussten beim Motel. Und dabei sind einige von uns draufgegangen. Unter anderem auch sein Sohn, Duck. Duck wurde gebissen und muss dann erschossen werden. So, das Problem war nur, seine Frau hat das nicht nervlich ausgehalten. Wer könnte es ja verübeln? Und hat sich dann ebenfalls umgebracht. Also Kenny hat jetzt niemanden mehr. So, wir spielen übrigens den da. Lee Everett. Und wie sie heißt, habe ich gerade vergessen. Ist aber auch egal. Kriegen wir ja erklärt. Play. So, dann gucken wir mal. Loading. Was uns diese Episode bereithält. Ob die wirklich so genial ist wie Episode 3. oder ob die sehr kurze Ersichtungszeit... Ach so, es wird ja sogar noch wiederholt. Ich habe genug von dir gehört, okay, Doug? Jetzt. Was ist das Problem? Nein! Geh hier. Ich werde herausfinden, was ich mit dir tun habe. Ich versuchte, alle von uns zu beschützen. Holy shit! Sie ist in der R.V. Das war echt eine harte Szene. Die war echt heftig. Ja, du musst wissen, ob sie okay sind. Und wenn sie nicht sind, was hat sie zu ihnen passiert? Ich war derjenige, die den Banditern Supply. Was? So, dabei hat er sich natürlich das Bein gebrochen, weil ich ihn nicht runtergeschmissen habe. Ich habe deine Eltern gerade hier. Und du bist sicher, mich zu finden, ob sie dich zu finden wollen oder nicht. Jetzt, was ich brauche... Oh, der fuck. Ich weiß nicht, aber ich wüsste, dass wir glücklich werden, wenn wir herausfinden. Hierher gelockt. Also, alles ist really, really fucked up. So. Wir hatten ja das Problem, dass unsere Ergebnisse von Episode 1 und Episode 2 gelasht wurden. Aber wir haben durch Episode 3 es halbwegs wieder hingebogen. Ich bin mal gespannt, wie weit es passt. Association with Skybound Entertainment. Das sind die Leute, die Serie machen. Ja, also nicht nur das Spiel. So, The Walking Dead. Ich war ja sehr gespannt, sehr gespannt. Ob die wirklich wieder so geil wird. Und das sieht halt wie immer sau stimmungsvoll aus, mit diesem Cell-shading-Look. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass hier böses Kantenflimmern gerade herrscht. Meine Güte, so schlimm war das aber nicht. Die ganze Zeit über. Hier passt es zu... Ah, jetzt geht es aber trotz allem. Böse Treppchenbildung. Around every corner. Also hinter jeder Ecke kann wohl Gefahr lauern. Der rennt als mit seiner Schaufel durch die Gegend. Clem, nicht stehenbleiben. Das Blümchen walkie-talkie. Aber cool. Kann ich es nicht halten? Nein. Okay, da musst du jetzt gleich... Nur für ein bisschen Zeit. Wir sind wirklich nahe, wo meine Mutter und Vater sind. Vielleicht kann ich... Nicht jetzt. Ich bin gerade ein bisschen davon irritiert, dass es gerade leicht ruckelt. Das gefällt mir gerade nicht sonderlich. Irgendwas läuft im Hintergrund gerade mit. We need to keep moving. Kenny, how much further? How much further to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? There sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Die können in der ausgestorbenen Stadt Kirchenglocken läuten. Maybe this city is not so dead after all. Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Ähm, 20 nach? Unwahrscheinlich. Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Who the hell is this? Hello? Hello? I said answer me! Hmph. Ich will echt wissen, wer da drin ist. Deswegen nehme ich gerade einen bisschen harscheren Umgangston. Auch wenn es die anderen vielleicht ein bisschen verstört. Is someone trying to fuck with us? So. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? It tolls for thee. Oh fuck. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft. Ihr hört's vielleicht. Ich werd einfach nicht gesund. Das ist total schlimm. Dann spiel ich auch noch irgendein Spiel, wo es um eine Infektion geht. Super. Äh. Run. Muss ich selbst rennen, oder? Clem. Der alte Mann mit seiner Schaufel ist gut, ey. Kenny. Kenny. Shoot. Ja, schieß doch. Ben, mach irgendwas. Ben, mach irgendwas. Was? Boah. Äh. Muss ich hier gerade selbst schießen? Wirklich in Shooter-Manier? Äh. Fuck. Wir haben einige erwischt. Aber ich glaub, der getrauf. Jetzt läuft's auf einmal flüssiger. Quatsch. Oh, give me a fucking break. Wait. Where the hell's Chuck? Who's defending himself? Er ist in trouble. Wir müssen ihm helfen. Ähm. Okay, er sagt, dass, äh... Ja, okay. Okay, wir müssen nicht mal mehr entscheiden. Was? Das war schon der erste Abschnitt? Bisschen kurz, ne? Ach, der hat immer noch sein kaputtes Bein. Mmh. You okay? Ah. Ja. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it, I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Quit it. Quit it, the pair of you. Gonna bring more of them down on us. I'll see if I can find a way in. Okay, also, ähm... Irgendwo einen Weg reinfinden. Den scheißen wir aber erstmal zusammen. Okay. But what happened back there on the street? I know. I don't know what happened. I just froze up. Hasn't that ever happened to you? Just hear what I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. I hear you. Okay. I think we can get in through one of these windows? Man, I think so. Man, I think so. Whoever owned this place had them all barred up. Yeah, it looks pretty solid. How do you think Kenny's holding it? I don't know. It's like all you can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Kacca and Duck. At least not with me. Maybe we should just let him deal with it in his own way. I'm gonna go check things out. It's also good so, that he first mal selbst damit klarkommen will. Okay. Here can we look at what's going on. I wanted to click on the Brunnen. Okay, I need to look at something that was going on. Okay, I need to look at something that was going on. Okay, that means I need to go to the Rentner. And go to his shelf. Here can we look at something that was going on. We're not thirsty enough to drink that yet. A shovel is never not useful. A shovel is never not useful. Oh my God. I think I want to start digging up God knows what until we find a way into that house first. What is that? I don't know. I don't know. How's he looking? I'm all right. You're not all right. You've reopened your wound. You're losing blood. And God only knows what might have gotten in there. It could be infected. It could be... No offense. But you really need to work on your bedside manner. She's just worried about you, man. Don't worry. We're going to get you fixed up in no time. Just as soon as we're inside, okay? Okay. Thanks, man. Please go and help Kenny. We need to get him inside. Now. I'm on it. Just sit tight. Hey. I'm not going anywhere. Okay. Dann reden wir mal mit unserem Mündel. Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Try not to worry. Try not to worry. Even if they saw us, they can't get in here. We did. Why can't they? We're a lot smarter than they are. They're just like dumb animals. They can't open doors. We used to have a pet hamster. One night we figured out... That's so sweet. And when we woke up, he'd eaten half a box of cookies. I don't think this is quite the same, Clem. Yeah, right. This time we're the cookies. Just stay away from the cage. Ja. Gut erkannt, Kleiner. Okay, jetzt ist es einmal weg von der Tür. Und jetzt helfen wir Kenny. Okay, wir haben unser Walkie-Talkie noch. Und den, äh... Ding. Warte mal, da können wir... Das Katzendor. Aber da kriegen wir... Selbst Klemm nicht durch. Thinks anyone inside? Ah, fragen wir erstmal nach seinem Befinden. Hey, wie hältst du dich, Mann? Lee, ich erinnere die Interesse. Aber ich glaube nicht, zu sprechen über meine Gefühle jetzt. Das wird uns in dieses Haus helfen. Ich wollte nur freundlich sein. Okay. Was ist das? Äh, ich hätte gesagt, der ist da verkraben. So. Mit Mausentastatur steuert sich das Spiel echt scheiße. Das haben sie echt nicht gut hingekriegt. Hey, bemerkbar. Dägen auf dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah, ich höre you. Clem, geh mal lieber weg. What's buried down there? A dog, I think. Bleh. Stay away. Es ist aber gut, dass sie sich jetzt vielleicht ein bisschen geknickt fühlt. Aber eine Hundeleiche muss sie jetzt nicht auch noch sehen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, das Ding ist anzufassen, aber... Ich kann es nicht wegziehen. Okay, das ist nicht cool. Oh, nee, die sind auch noch schwanger. Ah, ist das eklig. Das ist widerwärtig. So, jetzt reden wir mit ihr nochmal. Das mag wohl sein, ja. Ja, warum muss eigentlich ich immer alles machen? Hm? 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 Wie wär's, wenn ihr auch mal irgendetwas arbeiten würdet? So, Hundehalsband dranhalten. Das ist ein cooles Ding. Aber Clem, du passt da da niemals durch. Das ist nämlich großer Hunde. Oh mein Gott. Was ist denn denn, was ich hoffe wieder mit? Clem? You okay? Clem? Okay, wir haben wieder einen Abschnitt. Und gut. Loading! Wuhu! Ja, beim Nachladen von neuen Szenerien ruckelt's kurz. Das ist irgendwie seltsam. Weil Nachladesachen sollten eigentlich keine Probleme sein. Sorry, sorry. No, it's okay. I'm good. Feel better already just being off my feet. Thanks, babe. Okay, also wir können festhalten, Freelancer und Orks Must Die und so weiter liefen flüssiger auf Windows 8. So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was gonna tell you. Kenny and I only found out yesterday. So, both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street. And we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there. Stalking us. At least the dead don't play games with you. Whoever it was, seems like they're following us. And I don't like being followed. All the more reason to get on a damn boat where we can't be followed. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. We need to make sure Chuck is okay. Once it's quieted down outside, we'll all head towards the river. See if we can find him. Deal? Suit yourselves. And I'm not going to wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. Ja, möglicherweise. Könnte das recht sein. Könnte das recht sein. Richtig sein. The place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. Alright, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door. Understand? Okay. Okay. Dann sammeln wir mal alles ein, was irgendwie geht. Can I help? What if there's another locked door? I think you've been helpful enough for one day, kiddo. Why don't you just see if Kristen and Omid need anything, okay? Okay. I should finish checking the house before heading back outside. Okay, das ist die Sache. Äh, 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 scheiß Steuerung! All empty. Okay, das Ding ist leer. Ähm, hier gibt's noch Wasser. Oh, nichts. Water ist weg. Nicht so gut. Das Ding können wir mitnehmen. Ist sonst hier hinten noch irgendwo was? Ist da eine Mikrowelle? Power ist off. Hm. Kein Strom. Nein, 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 nein. Dann bleib erst mal hier hinten. Ah, Gott! My dog, Walter. Okay, also hier hat mein Kind gelebt. All cleaned out. Die sind alle aufgebrochen. Das kann also entweder heißen, dass die Personen, die wir suchen, also der, der das Haus gehört, dann bald noch treffen werden im Laufe der Episode. Oder aber sie sind tot und dann treffen wir sie auch. Ich wollte es da einfach nur mitnehmen. Ähm, okay. Das ist upstairs, da wollen wir nicht hin. Da könnte man mit denen reden. Okay. Check the door. Nochmal. Okay. 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 Kleiderschrank. Okay. Okay, was ist das? Exakt. Mein Stil. Irgendwie eine Leiche oder so, oder? Okay, die Animation wurde gemacht, also muss man sie verwenden, hm? Okay. Ein Klo, das ist sicher nicht verkehrt. Und dann heißt es noch Downstairs gehen. Das ist ein Brief. Okay. Hier gibt es noch was zum Mitnehmen. Wahrscheinlich nicht die beste Idee gerade jetzt. Und ich brauche, dass ich frostig bleiben muss. Wie kommt es? Okay, Grandfather's Clock. Es muss sich schon ein paar Jahre lang verarbeiten. Okay, eine Tür gibt es noch, aber wo? Da geht es nur nach oben. Ah, da. Diese kleine, dezente Tür. Ja? Öffne sie. Okay. Nothing. Okay, das ist ganz sicher nichts. Please ain't got much. We should be okay here for a while. At least until the quiet's down outside. Good. Thanks. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? No, just dog food. And there's some whiskey in the back. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Go ahead, Sam. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine. Honey, trust me. That's not what he wants. He... Lee? Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Ähm... What happened to Kenny? I said, I thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here. Okay. Ach so, ich muss hier dann von der Hand hochlaufen. Dann machen wir hier mal kurz Pause. Und sehen uns dann gleich in Folge 2 wieder. Tschüss. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.